Hallo? Es geht weiter. Ja, wir kommen von hinten. Mal in den Kampf hechten da. Töte sie alle! Ja, kommt zu woher. Da ist er, der Onkel. Was ist jetzt das? Tja da. Dammwey. Pssst. Nimm auf, Sporty. Äh, nur kurz, jetzt kriegen wir... Kriegen wir jetzt den... Ja, haha, im Polter. Knarre macht Spaß. Ja, nicht wenn ich dich zuerst töte. Ja, ich bin ein Kugel. Dammwey. 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 Pp. Nimmwey. Dammwey. 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 Oh. Äh. Opfer. Kaum noch, Alter. Hahaha. Ach... Fotzen und weg. Wie wir's gelernt haben in der Grundausbildung. Na ja, nein, die mach aus der Hüfte geholt. Ui! Der hat aber zu. Ja, und tschüss. Also wie schon erwähnt, etwas Blut sieht man in dem Spiel, es ist aber nicht extrem viel jetzt. Ja, jetzt gibt's wieder mein Gehirnmus. Wie gesagt, man muss nicht unbedingt schießen, es geht so auch. Du Räume-Portion, was sie wissen. Das ist nicht mein Blut. Der Codex Astartes warnt aus gutem Grund davor, blind mit Sprungmodulen ins feindliche Feuer zu springen. Ihre Tage als Neuling sind vorbei. Warum sehen Sie es mit dem Codex noch immer so eng? Ich lasse mich von diesen Regeln leiten. Das tun wir alle. Es hat aber auch Vorteile, selbstständig zu denken lernen. Ja, aus den Glüten schon, du Neger. Gibt's nur wo? Ja. Noch nicht. Ich bin noch nicht auf dem Weg. Ja, das in den Augen nicht so gut. Ich will jetzt sagen, dann machen wir jetzt mal eine Pause. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Peace, euer Trunken.